Wieso folgst du mir nicht? Da haben wir mal ganz kurz ein PP ein, also nicht ein PP miteinander, dann folgst du mir ziemlich nicht. Wow, man. Wow, man. Wow, Tina hat sich glaube ich so gefreut, ich wollte unbedingt das Wurf erst reinhauen, damit Tina nicht, damit Tina richtig gebrochen ist vorm Turnier. Ich stinke nur ein bisschen. Wisch, wisch, wisch. Was wisch, wir sind hier nicht bei Tinder. Ich glaub du fühlst dich verarscht ein bisschen, oder? Du wolltest dir einfach nur ein Ding holen, ne? Slowdown. Was bekommst du? Einfach mal in den Rücken geschossen. Das ist ja Quatsch jetzt von dir, Bro. Ich feier dich, ich küsse doch dein Herz. Dankeschön dir vom Herzen. Woher kennst du mich? Was willst du da oben? Du willst eine Pinn noch mal holen? Schade. Was habe ich gerade gesagt? Vergesst es einfach bitte, Chat. Oh, da bekommst du. Willst du dich wieder, willst du wieder kämpfen? Das ist ja Quatsch, oder? Also das Chat, also Quatsch. Einmal Quatsch in den Chat. Einmal Quatsch in den Chat. Morgen, morgen wäre das, äh... Also nicht morgen, nächstes Wochenende ein kleines 101 Turnierchen für die Community. What? What? Ich spiel mit Sk... äh... Ich werde nicht mitspielen, keine Sorge. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr dürft mich nicht vermöbeln. Mein Klaffeld. Ey, ich habe keine Restaurantempfehlung. Kennst du meine Frage? Ja, und ich werde sie nicht beantworten jetzt. What? What? Wird ein reines Community Turnier. Ich werde, glaube ich, Spots im Chat verlosen. Oder mal schauen, wie ich es zu machen. Ich ferns für nächste Woche ein. Für nächstes Wochenende. Kleines Community Turnier. Und für Bidjoe. Ich denke so... 32 Spieler. Milky Way mit 3 Morden im Voraus. Der Junge hat gar keine Ahnung, worauf der sich einlässt. Der Junge hat gar keine Ahnung. Ey, Milky Way, danke für 3 Morden im Voraus. Chat, lass doch bitte viel lieber dafür Milky Way. Der Junge hat 3 Morden im Voraus abonniert und hat 5 Subs geschenkt. Küste dein Herz, Else. Oder Els. Wie er gesagt. Muss Samstag arbeiten. Ich würd's halt am Samstag wahrscheinlich machen, ne? Das tut mir leid. Aber weil halt die meisten Leute wahrscheinlich einfach... Ey, der hat geheult. Das tut mir echt ein bisschen leid. Ich fühl mich grad ein bisschen schlecht. Hoffentlich kommt er nicht mit seinen Eltern gleich. Die kloppt bei mir an der Tür. Meiner. Komm, taurig. Komm, noch ein Hit. Komm. Schade. Keine Lade. Vielleicht mach ich da noch einen Ehren... 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 Ehrengewinnen. Zum Beispiel... Der Gewinner vom Turnier darf 1 Morden gegen mich machen. Wer das auch noch gewinnt, kriegt da ein paar Moneten. Anthos. Bisschen Moneten. Matze, wie fandest du die Pizza? Boah, die sah sehr geil aus überhaupt. Ich hab geschaut, Bushi. Da war kein Spezi über uns. Ich hab schon geschaut. Welches Spiel? MW wahrscheinlich. MW, One and One sind am coolsten. Was willst du von mir? Geh doch mal ein bisschen weg. Nervig. Geh mal ein bisschen Eier lecken. Moin Kiwi. Ich denke, MW ist am geilsten für One and One. Was heißt, Leck Eier? Ne, ich hab Eier lecken gesagt. Stehen geblieben. Verhaftet. Ick. Eier, ich hin mit Eier. Entschuldigung an die ganzen Leute, die äh... Ja, beide haben. Ich find Blackapon echt gut. Also... Man darf halt bei Horrorfilmen, oder Thrillerfilmen nie den Trailer vorher schauen, finde ich. Wenn du den Trailer vorher schaust, äh... dann ist er halt immer, das wird immer gespoilert alles, oh shit da. Blackphone 7 vor 10, ich fand Blackphone auch ganz gut, denn es ist eh das du bedankst. Ey gute Besserung an deine Frau fragt, ehrlich. Was sagt dir Chat, was gebt ihr Blackphone an die Leute die es gesehen haben? Ich bin mehr als 7 von 8 oder 7 und 8 Prozent zufrieden tatsächlich. Och was machst du denn jetzt da oben, ne Pimmelparty oder was? Moin Danilo, Manifest, ich habe Manifest gestern auch von Bouget empfohlen bekommen, von Baby Bouget und aber ich will erstmal Blackmull noch mal zu Ende schauen. Deswegen, schau jetzt Blackmull, aber die hat doch nicht, also ich habe ein bisschen gelesen, also die soll sehr gut sein, ne. Wie seht ihr, habe ich auch von anderen Leuten wirklich gesagt, komm. Sicherst du kämpfen möchtest? Guck mal, mit mir machst du keine Spielchen. Hier das ist keine Tee-Party hier. Das ist hier wirklich keine Tee-Party. Komm, piek nochmal. Ja, beim nächsten Mal überlegst du es hier dreimal, ob du auf diesem Level schon mal kämpfen möchtest. Warum fragst du es noch? Ey Rias, natürlich frage ich das. Du hast doch nicht ohne Grund fünf Subs raus. Habe ich noch nicht geschaut. Quack, bin ich echt. Liebe deines Streams, Rasti, danke dich für die vier Monate und danke dich für die sehr lieben Worte. Der Chat ist doch viel lieber für Rasti. Lifestyle steht für vier. Ne. Vier steht für Lifestyle, hat ein berühmter, berüchtiger Streamer mal gesagt. Muss kein Abo verlängern. Ich lese es ja auch ohne Abo vor Django. Versprochen. Indianer Ehrenwort. Mit kleiner Finger. Bon App hier. Es geht. Ah, bitte Gebietsaufklärung. Hm. Hm. Wir sind Minecraft, äh, Minecraft NPC. Hm. 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 Mach mal Ausrufezeichen NZ und Ausrufezeichen H4. Make your way. Dann kriegst du beide, äh, Waffen, äh, per Flüsternachricht in deine DMs. Dann Sly hat mein Bot in deine DMs und gibt dir mal die beiden Waffen. Der macht das öfters. Also bild dir nichts drauf ein. Na Spaß. Aber ja. Das war schlecht gestiegen von mir. Running up that hill. Hallo. Moin Sony. Grüß dich. Oh nein. Der Gulag ist jetzt abgeriegelt. Was machen wir jetzt? Moin Sony. Ich wünsche ich könnte durch diese Wand hier schießen. Äh. Ups. Oh. Das ist ja echt schade. Warte. Ich drück. Ich smoke mal ganz kurz ein und dann kündig dich. Fucking cheeser man. Come on. Drei Zuschauer ingame. Mehr als auf Twitch chat. Finde ich. Das ist meine Ansicht. Ist doch einfach meine Ansicht. Jeder hat dann andere, andere, andere Ansicht. Stimmt irgendwas mit Zeitkinds nicht oder warum hüpfst du die ganze Zeit? Oder ist das mit Absicht? Ich mach's mit Absicht. Weil ich Spaß dran hab. Ich bin eine kleine Hauptblase. Du hast so Glück, dass ich nicht oben gelandet bin. Mann Aquilara. Du hast wirklich Glück. Brauchst du da oben jetzt nicht ausflippen. Minion. Es reicht. Du hast den Bogen überspannt. Reicht ich? Himmel Nase. Ja das ist ja qualvoll. Also das ist ja. Das tut mir sogar mir im Herz bisschen weh, dass ich dich da bekommen habe. Lauf. Gib die Platten. Langsam musst du laufen. Oh das sind zwei. Das sind zwei. Oder? Nee. Ist das selbe? Nee. Hab ich doch gesagt. Einer noch. Einer noch Chat. Einer noch. Einer noch. Das ist jetzt schade für dich. Weil du dir deine Position aufgegeben hast. Und ja. Das ist halt einfach mal. Einfach mal ein Gigienschat. Mehr sagen wir es nicht. Einfach nur ein Gigienschat und fertig. Moin Roptik. Restro. Ey. Hab ich am Anfang des Streams erzählt. Kannst du in der Video die schauen. Hast du dich böse gemeint, aber. Ciao Django. Danke fürs Beispiel. Moin Kimi. 29 ne? 29. 30. Das ist natürlich. Wir Pioneers cuz Fortunately. Bis zum nächsten Mal.